NVIDIA Schwestern, kämpft an meiner Seite! Jetzt, meine Schwestern, im Namen des Imperators! Ich werde das Englische nicht aussprechen, weil das Englische bei mir sich voll schwul anhört, aber ich werde es trotzdem sagen. Dawn of Wars, Soulstone, Titanium Wars. Oh mein Gott, was ist Titanium Wars? O-M-G! Ja, ihr habt richtig gelesen, Titanium Wars. Wir werden die Kampagne der Space Murmys mit dem Mod Titanium Wars spielen. Ja, prüge ich. Ja, ja. Ja, okay. Also, wir werden halt diesen Mod, den verfickten Mod spielen. Ich werde etwas laden, aber keine Sorge, wir sind nicht so weit, wie du es denkst, ne? Nein. Wir sind ganz am Anfang, wir haben nur ein Kontinent erobert, sag ich jetzt mal. Wir sind kein weiteres, von dem zweiten sind wir gerade dabei. Ähm, ich zeig's euch mal kurz. Es war kein Geheimnis. Das Warboss Gorguts höchst persönlich den War im Aura-Konflikt anführte. Es ist nur, ich lade jetzt gerade einen Kampf, weil ich hab schon so einen fetten Trupp und ich hab keinen Bock das dann nochmal zu machen. Diesen ganzen Trupp wieder nochmal neu aufzubauen, weil es wirklich stressig war. Ähm, deswegen lade ich jetzt einen Kampf, also einen Battle, damit ich halt nicht nochmal alles machen muss. Und das Space-Mind, ähm, ja, es macht gerade so viel Spaß, ne? Oh mein Goooood! Ja. Es gibt neue Einheiten, es gibt neue Gebäude, es gibt neue Features, es gibt... Many, 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 many Burg. Ja, es gibt wirklich sehr viel Scheiß, ähm, was wir jetzt einfach machen, ne? Ich habe diesen Speicher, ich stand irgendwas mit XX benannt, ne? Das war vor drei Tagen, glaub ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber, doch, ist doch scheißegal, oder? Wir werden jetzt einfach spielen, ne? So, Mission starten! Wir werden beschossen! Oh mein Gott, da hab ich... Neue Einheit! Das hier! Das hier! Das nicht! Auf jeden Fall könnt ihr schon mal sehen, dass es neue Einheiten gibt. Oh mein Gott! So man, wie wir das, wie der Kampf jetzt endet. Ich weiss es halt nicht, mal sehen was es hier so neues gibt. Ach genau das hier! A Deathborn Titan... Titanicus Fact Jury. Hier kann ich neue Einheiten ausbilden, oder hier gibts neue Einheiten, hier gibt's many, 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 so viele Sachen, ähm. Wichtig, und was wird, das geht an neues. Sollten wir mal die hier attackieren? Ein bisschen zufrieden hier, ich frage. Wo ist die andere Artie? Wo ist die andere Artie? Was soll das denn? Haben die Schweine da etwa Dings oder was? Ja toll, sind die alle unsichtbar, ne? Die Schweine hier. Das macht richtig Spaß! Das macht richtig Spaß! Aber deren Person kann eigentlich meine Panzerung nicht aushaben. Das ist auch, ne, glaube ich. Verdammt, du Scheiße, ist das laut, oder? Leute, ich mach leise. So, do, 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 do. Halalalalalala. Ja, okay, so geht's gut. Ja, und da könnt ihr hören. Ja, okay, ist doch alles gut, oder? So. Ähm. Wieso werden meine Tanks nicht zerstört? Kann es auch nicht sein. Zum Juro, meine Brüder. Was ist das? Ein Heavy Flammer. Ich werde euch für mich. Ich werde euch für mich. Wurzeln, keine Steine. Okay. Kannst du machen. Ach, 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 äh, wo ist das, wo ist das? Ah, ich sieh's jetzt. Ah, da, da, da. Das hier macht damage. Das hier macht immer zu dem damage. Kommen wir hier hin. Wo kommt man hier hin? Objektiv kompliziert. weiterbomberproduktion so ist auch was los wo ist gerade der tank wo ist der wo ist der was soll ich zu wo ist das hier der tank ich hab den verloren das kann doch nicht sein wo ist er ich sehe den wirklichen sag mal bitte hä wo ist das tank ich muss mich verarschen oder ich kann es keinmal machen ach so, da ist er ja noch all das trupps wieder hergestellt für den imperator für den imperator wir werden beschossen wir werden beschossen wir werden beschossen hier habe ich auch so mit kleinen Base gemacht jawohl so, da ist er ja ja so ist auch eine neue Einheit vom Mod der Muckel ist der hat die Fähigkeit einmal so richtig viel sicht zu machen ja also hat man schon eine sehr große Aussicht da kann man auch wieder eine Base wir werden beschossen OMG OHA also ich glaube ihr versteht was ich meine lol hat doch gar nichts gebracht ohne kleine kurze Attacke ok jawohl Druck verschlagen x4 explodier x2 explodier x4 AAAAA Alter nochmal hingekriegt erstmal hingekriegt so oh heute ist glaube ich damage gemacht oder naja verbaut wird sich dann zu Ende ach das ist noch gar nicht fertiggestellt auf die Uhr wo es hier aus dem Arbeiter wir machen ja mal unsere Armee wie das angeleitet mal so können wir ja nicht was für Schülter aber ja wohl nicht so in den Krieg gehen oder wie hier verlangt so ist schon da Baue Routine 212 eingeleitet Baue Routine 211 eingeleitet Baue Routine 211 eingeleitet das ist eine Arena das ist eine Arena so da für den Imperator für den Imperator das ist wirklich geil hier was sie da labern er glaubt es mir nicht aber was ist ihr Begehr äh lol was ist ihr Begehr was ist ihr Begehr und jetzt heißt es ein neuer ja weil das brauchen wir hier aber das hätte ich auch da lassen können ich bin so dumm ne oder sie passt dennis sie passt sie passt ok 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 sch ruhig 3 3 3 3 3 3 das machen wir 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 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 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 bringt mich zu den Verwundeten vorhin nicht zu den Verwundeten wenn du da nicht hinkommen willst dann fliegst du da im Kind mein Glaube ist mein Glaube ist mein Schild seid ihr fertig ja ok GGG muss ich klicken Moment wo gehe ich denn hier runter ok G G G G G G oh das war's, schade Draft not Mortys Die soll in Nahkampf bleiben. Okay, Angriff. Moment, was ist denn jetzt mein Ziel? Okay, ich soll da runter. Okay, wir müssen hier einfach weiter lang gehen. Dammt euch hier nochmal alle auf. Dammt das auch schön gleichmäßig. Gleichmäßig wird die Attacke. So werden wir beschossen. Ach da.